Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die fehlenden Vokale in einem Wort vervollständigen. Ich hoffe du magst es! Anlage Soziale Auslöschen Überdosis Schaff Gleichfalls Beutet Komplizen Mussten Erika Übermorgen Aussie Gehorchen Sitzen Öffnen Teile Konje Die Poutine Renels Momentan Ordnung Gope. Schwächer. Glaubst. Liebende. Glaubst du? 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 Einheiten. Bitte schon. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!